hallo freunde der musik ich freue mich total mega weil ich habe ein total schönes geschenk für euch ich spiele ein livestream konzert für meine fans und meine unterstützer und das sogar komplett kostenlos ja warum mache ich das ich habe die letzten drei jahre so viel positives total schönes feedback von euch bekommen ob das auf whatsapp ist ob das google bewertungen sind oder natürlich auf insta auf facebook und das bedeutet mir einfach wirklich viel und das ist ganz toll dass ich einfach diese unterstützung durch euch erlebe und bekommen und deshalb habe ich gesagt hey ich spiele dieses livestream konzert und zwar das ist am 21 januar 15 und ich mache das einfach kostenlos ich schenke das euch und wie kommt ihr dazu das ist ganz einfach registriert euch zu meinem newsletter auch das geht ganz leicht schickt mir einfach eine e mail an news at erlo wagner.de und dann bekommt ihr eine mail mit der anleitung wie es weitergeht ja wie gesagt das ist kostenlos unverbindlich meldet euch zu meinem newsletter an news at erlo wagner.de dann bekommt ihr eine mail wie es weitergeht und nicht vergessen das ist der 21 januar 1915 und ich freue mich total auf euch an Untertitelung des ZDF, 2020